Guten Morgen liebe YouTube-Freunde, Sonntagmorgen, Zeit, 10 vor 8, ich schaue da nach meinen Galawai-Kühen, dabei habe ich ein bisschen Maiswürfel. Munele, Munele, Munele. Die sind wohl nicht so hungrig, die kommen nicht rein. Na, die Potsche da, na, da. Hier sind zwei Rinder und auch ein Ochse. Die Rinder sind hier separat, damit der Mune sie nicht deckt. Die werden dann nächstes Jahr, kommen die dann mit der Mune auf die Weide und ich werde da zwei Kühe mehr haben. So, und jetzt habe ich zum Glück Post im Briefkasten. Ähm, NZZ am Sonntag. Die werde ich lesen. Eine ziemlich dicke Zeitung. Gibt viel Arbeit, die zu lesen. Ja, liebe YouTube-Freunde, Powerhouse ist über den Du gefahren. In Frankreich heute Sonntagmorgen. 11 Uhr. Weiter. Ja, und da bin ich schon im wilden französischen Jura. Hier geht's hinab. Ich darf fast nicht hinab schauen. Es geht so tief hinab. Ich bin gefahren. Ich bin gefahren. Erzigen, Biel, Saint-Légier. Und in Gaumois habe ich den Du überquert nach Frankreich.